Jo was geht meine Cellivalisten? Willkommen zurück zu Fortnite und weiter geht's mit dem Finale von Despire, also Despire Aufträge und zwar lege die Verkleidung an und lasst drei Kristalle bei Despire erklingen. So wir brauchen jetzt zuerst einmal die Verkleidung und die findet ihr hier, seht ihr, Verkleidung tragen, die zieht euch an und dann habt ihr euch Verkleidung, ihr seht schon eins von vier. Ihr findet die Verkleidung auf der Karte genau hier. Hier habt ihr die Brücke, haltet euch einfach ein bisschen links und dann findet ihr auch schon die Verkleidung und jetzt müsst ihr ganz nach oben. Das heißt wir laufen jetzt mal nach oben. Ihr müsst immer hoch, also orientiert euch an den Punkt wo ihr die Artefakte oder das Artefakt gesammelt habt. Da müsst ihr nämlich jetzt hin. Nehmt am besten noch ein bisschen Baumaterial mit. Dann könnt ihr euch nämlich hier hoch bauen und dann wären wir auch schon hier. Hier habt ihr den Turm, hier das Haus, auf der Karte wäre das natürlich dann hier. Ne? So jetzt brauchen wir die Kristalle und zwar haben wir hier schon mal einen. So da haut ihr einfach mit der Spitzhacke drauf. Dann geht ihr in das Haus hier hinein. Dann habt ihr hier schon den nächsten Kristall. Da haut ihr drauf. So. By the way, hier wäre das Artefakt. Ne? Und dann gehen wir zum letzten Kristall. Da geht ihr durch das Haus durch. Hier die Treppen runter und dann habt ihr hier den letzten Kristall. Einmal draufhauen und ihr habt die Aufgabe erledigt. Mega einfach. Und dann solltet ihr auch am Ende sein und an der Stelle bin ich raus. Jetzt könnt ihr die Match weitermachen oder wie ich die Runde verlassen. Wie dem auch sei, ihr habt jetzt die Aufgaben dann alle erledigt. Seid jetzt auf jeden Fall durch. War ein langer steiniger Weg, aber hat sich ja dann am Ende doch gelohnt. Ihr habt einiges an Level gut gemacht. Wirklich gut gemacht. So, wie ihr seht, ihr seid durch. Fertig. Ne? Mega einfach. Aber jetzt interessiert mich noch etwas. Das möchte ich jetzt mal schnell schauen. Das interessiert mich jetzt. So. Ne, immer noch durch. Egal. Wie dem auch sei, wir sind durch. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann gebt doch gerne im Itemshop den Creator-Code sellivill3108 ein. Oder werdet einfach Kanal-Mitglied. Könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Vielen Dank.